Als schwäbisch-alemannische Fastnacht wird die Fastnacht im südwestdeutschen Raum und Teilen der Nordost- und Zentralschweiz bezeichnet. Dort heißt sie in der Regel Fastnetz, Fastnacht oder Phasend. Sie grenzt sich vom rheinischen Karneval ab, ist jedoch erst seit dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts als eigenständige Form etabliert. Während der Karneval im 18. Jahrhundert eine neue Form der Fastnacht entwickelte und auch die schwäbisch-alemannische Fastnachtslandschaft darauf. Einschwenkte, besannen sie sich im 20. Jahrhundert auf ihre Traditionen der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Fastnacht. Charakteristisch ist die Vermummung der Teilnehmer mit Larven oder auch Schäben, die meist aus Holz, in Ausnahmefällen auch aus Stoff, Papier, Ton, Blech oder Draht bestehen. Die Kostümträger wechseln ihre Verkleidung nicht von Jahr zu Jahr, sondern behalten sie immer bei. In manchen Gegenden ist es sogar üblich, sie über Generationen zu vererben. Die schwäbisch-alemannische Fastnacht wurde im Dezember 2014 in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes im Sinne des Übereinkommens zur Erhaltung des Immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen. Ablauf der Fastnacht In manchen Orten beginnt das Fastnachtfeiern bereits am 11. November. Wie es auch beim rheinischen Karneval üblich ist, in den meisten Orten des schwäbisch-alemannischen Raumes finden die ersten Fastnachtsveranstaltungen nach Ende der weihnachtlichen Festtage am 6. Januar. Dem Dreikönigstag statt nach altem Brauch werden an Dreikönig die Schämen abgestaubt. Von da an, gutstägige, es beginnen die ersten Veranstaltungen und Umzüge. Die eigentliche Fastnetz startet allerdings erst mit dem schmotzige Dunsticht, dem Höhepunkt der Fastnetz. Von diesem Tag an finden vermehrt Umzüge und Veranstaltungen statt und es werden Spezialitäten wie beispielsweise Fastnetzküchle zubereitet. Entsprechend gilt der Fastnachtsbeginn vielen schwäbisch-alemannischen Narren als wesentliches Unterscheidungsmerkmal zum Karneval. Viele sehen im 6. Januar den ursprünglicheren Termin. Die neuere Forschung teilt diese Sichtweise allerdings nicht. Ähnlich wie am Fastnachtsdienstag beginnt am 11. November eine 40-tägige, vorweihnachtliche Fastenzeit. Am Martinstag sind daher vergleichbare Traditionen festzustellen wie während der Fastnachtstage. Zum Beginn der Fastnachtsaison entwickelte sich der 11.11. allerdings erst mit dem Aufkommen des Karnevals im 19. Jahrhundert. Schließlich hätte eine Fastnacht, die sich über die Adventszeit und Weihnachten hinweggezogen hätte, dem Sinn dieser Tage vollkommen widersprochen. Der Beginn der närrischen Tage wird in vielen Orten lautstark gefeiert. In Überlingen, Weingarten, Pfohlendorf oder Markdorf schnellen die Narren mit ihren Kabatschen. In Rottweil klämpfen die Buben in den Gassen mit einer Furmanspeitsche und verursachen damit einen markanten Peitschenknall. In Willingen werden die Glocken der Heser, die sogenannten Rollen, so lange unter lautem Getöse geschüttelt, bis sicher ist, dass sich auch nicht das kleinste Staubkörnchen mehr darin befindet. Überhaupt legt man am 6. Januar großen Wert auf Sauberkeit. Im Gebiet des Oberen Neckar gehen schwarzbefrackte Abstauber von Haus zu Haus, um die eingemotteten Narrenkleider vom Schmutz zu befreien. In Rotenburg am Neckar unterziehen die Hexengäste und Einrichtungsgegenstände der Wirtshäuser einer ähnlichen Behandlung. In Laufenob-Rottweil gibt es deshalb auch die sogenannte Fiaswäsch, bei der der Narrenrat seine Füße im eiskalten Wasser eines Brunnens wäscht. Zum gleichen Zeitpunkt erhält die Fastnachtsmaske in Emendingen und Möringen einen Ehrenplatz im Wohnzimmer. Aber auch die Schramberger Narren zeigen ihre Erbietung gegenüber dem Narrenkleid, in dem sie es feierlich segnen. Sei mir gegrüßt, du edles Kleid der Narren. Tritt nun hervor aus deiner Jahresbleibe und erfülle mit Freude die Großen und die Kleinen. Dir sei geweiht die Fastnets im Jahre des Heils 20. Die wichtigste Rolle der Feierlichkeiten am und in der Zeit nach dem 6. Januar spielen allerdings die geselligen Zusammenkünfte der Narren. Bei öffentlichen Versammlungen das Programm der kommenden Fastnacht verkündet und in anderen Orten wie Waldkirch oder Löffingen werden bei Narrenversammlungen auch letzte organisatorische Details geklärt. Mit Abstand am populärsten sind aber seit einigen Jahrzehnten die Narren treffen, große Zusammenkünfte tausender Narren, die in den Wochen nach Dreikönig beinahe jedes Wochenende an wechselnden Orten stattfinden. Mit dem 40. Tag nach Weihnachten, Lichtmiss am 2. Februar nimmt die Zahl der Fastnachtsveranstaltungen in einen Orten nochmals merklich zu. Fast überall ist ab diesem Tag das Maschgern, Strehen, Schnüren, Welschen, Hecheln oder Aufsagen üblich. Dabei werden bemerkenswerte Ereignisse des vergangenen Jahres von den Narren aufgegriffen und den Bürgern in unterhaltsamer Form dargeboten. Früher war man dazu maskiert und es waren verschiedenste Darstellungsformen üblich, beispielsweise die Maury-Tat. Auch wurden die Taten der Mitbürger häufig in kleinerem Rahmen oder am Straßenrand glossiert. Heute hingegen finden sich die Menschen meist zu festgesetzten Zeiten in den Gaststätten eines Ortes zusammen und die Narren ziehen unmaskiert in Gruppen von Wirtshaus zu Wirtshaus. Als Darstellungsform werden häufig Vierzeiler gewählt, die durch einige Lieder ergänzt werden. Auch wenn die schwäbisch-alemannische Fastnacht im Wesentlichen eine Straßen- und Wirtshaus-Fastnacht ist, beginnt mit Lichtmess eine kurze Phase der Saalveranstaltungen. Häufig leisten die örtlichen Vereine mit jeweils eigenen Bällen ihren Beitrag zur närrischen Saison. Ursprünglich war der Mittwoch vor Fastnacht kein traditioneller Festtag der schwäbisch-alemannischen Narren. Besonders in den Abendstunden haben sich in der Nachkriegszeit aber Bräuche etabliert, mit denen die eigentliche Fastnachtszeit eingeläutet wird. Dazu gehört das Ausrufen oder Suchen der Fastnacht im Schwarzwald, ebenso wie die Maskenbeschwörung oder das Brunnenputzen in Oberschwaben. Am Bodensee gibt es auch den Hemd Glocka. Der Fastnachtsdienstag ist der Tag vor dem Beginn der Fastenzeit, welche am Aschermittwoch beginnt. Das Datum des Aschermittwochs liegt 46 Tage vor dem Ostersonntag, der am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühjahr gefeiert wird. Dieses Osterdatum rührt vom jüdischen Passerfest her. Das zur Erinnerung des Exodus der Juden aus Ägypten nach dem jüdischen Mondkalender immer am 14. Nisan, also dem 14. Tag nach dem ersten Neumond im Frühjahr gefeiert wird und das seinerzeit Anlass zur Kreuzigung Christi war, doch wurde festgelegt, dass das Osterdatum immer an einem Sonntag stattfindet. Das Frühjahr beginnt nach dem gregorianischen Kalender, der 1582 eingeführt wurde, grundsätzlich am 21. März. Daraus ergibt sich für den Ostersonntag der 22. März als frühestmöglicher Termin, der 25. April als spätester. Somit variiert der Zeitpunkt der Fastnacht im Kalender innerhalb einer Spanne von 35 Tagen. Vor dem Ostersonntag dauert die Fastenzeit 40 Tage. Damit käme man auf den Dienstag in der 6. Woche vor Ostern. Nach dem Konzil von Benevent wurden zusätzlich die Sonntage aus der Fastenzeit ausgeklammert und der Beginn der Fastenzeit deshalb 6 Tage. Vorverlegt auf den Mittwoch der 7. Woche vor Ostern. Den Aschermittwoch der früheste Termin für den Aschermittwoch ist somit der 4. Februar. Trotz der Reform durch das Konzil von Benevent, welches den Termin des Beginns der Fastenzeit um 6 Tage vor verlegt hatte, blieb der ursprüngliche Termin in Erinnerung, vor allem in einigen ländlichen sowie in evangelischen Gebieten. Die diese Konzilsbeschlüsse nicht anerkannten, hier wurde die Fastnacht weiterhin eine knappe Woche später am Montag gefeiert. Diese Bräuche haben sich als alte, bzw. Bauern, alle Mannes Spure Fastnacht bis heute erhalten. Oftmals wurde dann auch die Fastnacht zweimal gefeiert, wobei dann zur Unterscheidung zur Bauernfastnacht die erste, am Aschmittwochende Fastnacht als Herren- oder Pfaffenfastnacht bezeichnet wurde. Beispiele für die alte Fastnacht sind die Funkensonntage, der Hirschmittich in Furtwangen oder der Termin der Basler Fastnacht. Als letzte Fastnacht der Welt gilt die Groppenfastnacht in Ermattingen am schweizerischen Südufer des Untersees am Bodensee am Sonntag Letare. Drei Wochen vor Ostern, 2015 feiert sie ihr 600-jähriges Bestehen und ist nach eigener Aussage die traditionsreichste Fastnacht der Ostschweiz. Geschichte Wie der rheinische Karneval hat auch die schwäbisch-allemannische Fastnacht ihren Ursprung in Festen, die dazu dienten, verderbliche Lebensmittel vor Beginn der Fastenzeit aufzubrauchen. Derartige Veranstaltungen sind für ganz Mitteleuropa spätestens im 13. Jahrhundert nachgewiesen. Allerdings waren diese nicht mit der heutigen Fastnacht zu vergleichen und regional höchst unterschiedlich. Ergänzend zum exzessiven Nahrungsmittelkonsum wurden ab dem 14. Jahrhundert Bräuche wie Tänze, Umzüge oder Fastnachtsspiele üblich. Auch hier spielten Speisen zunächst eine zentrale Rolle, beispielsweise in den Schembadläufen, den Fastnachtsumzügen der Nürnberger Zünfte, die vor allem im ausgehenden 15. und dem Beginnenden 16. Jahrhundert Konjunktur hatten. Auch sind Metzgertänze aus anderen Städten belegt, an denen sich die tanzenden Metzger an Wurstringen zum Reinigen festhielten. Nach einer Theorie des Münchner Volkskundlers Sitz Rüdiger Moser wurde der Gegensatz zwischen dem fastnachtlichen Vergnügen und dem Entbehrungsreichtum der Fastenzeit zunehmend aber auch theologisch gedeutet. In Zusammenhang mit den augustinischen Lehren vom Zwei-Staaten-Modell gebracht, wurde die Fastnacht schon bald mit dem Teufelstaat Sivitas Diaboli gleichgesetzt, die Fastenzeit hingegen mit dem Gottesstaat Sivitas Dai. Aus dieser Denkweise heraus könnten sich Teufel oder Dämonen als frühe Fastnachtsfiguren entwickelt haben. Eine weitere zentrale Figur der damaligen Fastnacht, der Nah, wurde als Inbegriff von Vergänglichkeit Gottesferne und Tod gesehen. Während die Forschung noch bis in die 1980er Jahre davon ausging, dass die Fastnacht einen nicht-christlichen Ursprung hat, ist sie sich heute einig, dass die Existenz der Kirche notwendige Bedingung zur Entstehung der Fastnacht war. Sicher ist auch, dass in der Fastnacht häufig Kritik an Obrigkeit und Kirche geübt wurde, was nicht selten zu Fastnachtsverboten führte. Mit der Reformation entfiel in den reformierten Gebieten nicht nur die Fastenzeit, sie machte auch dem Fastnachtsfest in vielen Teilen Mitteleuropas ein Ende. Allerdings erhielt sich der Brauch in einigen protestantischen Ortschaften noch für einige Zeit. Der Basler Fastnacht wird oft unterstellt, ihren Fastnachtstermin aufgrund der Reformation später zu feiern als die übrigen schwäbisch-alemannischen Orte. Dies beruht jedoch auf einem Beschluss der Kirche im 11. Jahrhundert, in der Fastenzeit die Sonntage nicht als Fastentage zu zählen. Somit verschob sich der Aschermittwoch um sechs Tage in Richtung Jahresbeginn. Die Basler indessen hielten an diesem alten Termin fest. Zuvor war das Bild der Fastnacht von relativ einfachen Verkleidungen geprägt. Mit dem Aufkommen des Barock kam es im 17. Jahrhundert zu einer wesentlichen Aufwertung und Verfeinerung der Fastnachtsgestalten. Das gilt insbesondere für die verwendeten Masken, die nun statt wie bisher aus Ton oder Papier aus Holz geschnitzt wurden. Hinzu kam ein deutlicher italienischer Einfluss, fußend auf der Comedia dell'arte. Trotz barocker Aufwertung kam die Fastnacht im Zuge der Aufklärung zu dem Ruf, ein primitiver, längst überholter Brauch aus grauer Vorzeit zu sein. Entsprechend dieser Auffassung wurden die Festlichkeiten vielerorts aufgegeben oder gar verboten. Das änderte sich, als sich angeregt durch die Romantik, der Karneval zu entwickeln, begann. Ausgehend von Städten wie Köln, wo anstelle der Handwerker das Bildungsbürgertum die Fastnacht auszurichten begann, etablierte er sich schnell in ganz Mitteleuropa, also auch in Südwestdeutschland. Die ursprüngliche Fastnacht existierte zwar parallel weiter, wurde aber immer mehr zurückgedrängt. Erst Ende des 19. Jahrhunderts kamen hier vereinzelt die alten Bräuche wieder auf. So gab beispielsweise 1903 der Narrensprung in Rottweil Anlass zum Umdenken, als gerade noch sieben Narren daran teilnahmen. Besonders in den kleinbürgerlichen und bäuerlichen Kreisen im schwäbisch-alemannischen Raum fühlte man sich durch den vom Bildungsbürgertum dominierten Karneval bevormundet und besann sich, dem Trend der Zeit folgend, zurück auf die überlieferten Traditionen. In der Folgezeit wurden zahlreiche Narrenzünfte alten Zuschnitts neu gegründet. Entwicklung zur heutigen Fastnacht bis ins 20. Jahrhundert war Fastnacht eine rein lokale Angelegenheit. Und man feierte ausschließlich im eigenen Wohnort. Anfang des 20. Jahrhunderts begannen die Narrenzünfte, sich in Narrenvereinigungen zu organisieren. Und 1924 wurde die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gegründet. Notwendig machten diesen überregionalen Dachverband die unsichere politische Lage sowie zahlreiche Fastnachtsverbote. Nun wollte man die Interessen der Narren gegenüber der Politik offensiv vertreten. Außerdem sah man sich der Pflege und Bewahrung des eigenen Brauchtums verpflichtet, was heute die Hauptaufgabe der Vereinigung ist. In der Zeit nach ihrer Gründung erhielt die VSAN derart großen Zuspruch, dass schon bald ein Aufnahmestopp für neue Mitglieder ausgesprochen werden musste. Bis heute nimmt die VSAN nur äußerst selten neue Mitglieder auf. Wobei sie als Aufnahmebegründung insbesondere ein historisches Brauchtum zugrunde legt. So kam es schon bald zur Gründung neuer Dachverbände wie dem Verband oberrheinischer Narrenzünfte oder der Narrenvereinigung Hegau-Bodensee. Diese Gründungswelle hält auch in unseren Tagen noch an. Grund dafür ist nicht zuletzt die von Hermann Erisbusse ersonnene Einführung von Narrentreffen. Die VSAN und ihre Schwesterorganisationen ermöglichen es den Narren damit, sich auch untereinander außerhalb der angestammten Ortschaft zu begegnen. Das erste Narrentreffen wurde vom Landesverein Badische Heimat, dessen Geschäftsführer Busse war am 28. Januar 1928 in Freiburg veranstaltet. Heute hat ihre Zahl und Dimension derart zugenommen, dass die Narrentreffen inzwischen schon als Gefahr für die traditionelle ortsgebundene Fastnacht angesehen werden müssen. So gibt es inzwischen Zünfte, die nur noch Narrentreffen besuchen und keinerlei Ortsverwurzelung mehr kennen. Insbesondere die VSAN hat sich daher entschlossen, Treffen dieser Art stark einzuschränken. Der wachsenden Beliebtheit der Narrentreffen tut dies noch keinen Abbruch. Parallel zur organisatorischen Neustrukturierung der Narrenzünfte wurden seit Beginn des 20. Jahrhunderts zahlreiche neue Fastnachtsfiguren gestaltet. Nur in wenigen Fastnachten waren tatsächlich historische Narren Heser erhalten, die auch im neuen Jahrhundert fast unverändert getragen werden konnten. Viel häufiger waren einzelne Larven oder Hessteile vorhanden, die sich zwar nicht mehr ohne weiteres zuordnen ließen, nun aber in neuen Figuren kombiniert wurden, häufig entwickelten sich aber auch Hessträgergruppen völlig neu. 1933 gründete sich in Offenburg eine Hexenzunft, die auf einer Mischung aus Märchen und mittelalterlicher Hexe beruhte, und machte die Fastnachtshexe zu einer populären Figur der schwäbisch-allemannische Fastnacht. Es gab allerdings schon viel früher Fastnachtshexen, so in Tirol bereits seit dem 18. Jahrhundert. Auch die alte Vettel war in der Fastnacht nicht unbekannt, so zogen sich nicht selten seit dem Mittelalter Männer Frauenkleider an. Um frei nach dem Motto, verkehrte Welt an Fastnacht ihr Unwesen zu treiben, neu war jedoch die Hexe mit Holzmaske als eigenständige Figur. Ohne Beispiel ist seitdem die Zahl ihrer Nachahmer. Der wachsende Wohlstand sorgte in der Nachkriegszeit für ein rasches Anwachsen der Narrenzünfte, die nun immer häufiger in Orten gegründet wurden, die bisher keine Fastnachtstradition kannten. Seit Beginn der 1990er Jahre herrscht ein regelrechter Boom dieser Neugründungen. So gibt es im schwäbisch-allemannischen Raum inzwischen selbst in kleinsten Orten eigenständige Fastnachten. Keine Fastnachtsfigur profitierte hiervon mehr als die Hexe. Ihre Beliebtheit sorgt deshalb seit langem für Kopfzerbrechen bei den Verantwortlichen der Brauchtumsorganisationen. Sehen Sie doch durch sie die traditionelle Fastnacht ähnlich gefährdet wie durch das Überhandnehmen der Narrentreffen. Doch auch die alteingesessenen Narrenzünfte profitierten in der Nachkriegszeit in hohem Maß vom wachsenden Interesse an ihrem Brauchtum und rasant steigenden Mitgliederzahlen. Besonders die seit Beginn der 1990er Jahre durchgeführte Fernsehübertragung der Narrentreffen der VSAN erreicht ein Millionenpublikum. Ein Ende des Wachstums ist aber abzusehen. Figuren der schwäbisch-allemannischen Fastnacht Die Zahl schwäbisch-allemannischer Fastnachtsfiguren ist inzwischen unüberschaubar groß. Meist treten sie während der Veranstaltungen in nach Figuren-Typen getrennten, homogenen Gruppen auf. Vereinzelt gibt es aber auch Häßträgergruppen, die sich aus unterschiedlichen Figurenarten zusammensetzen. Meist agieren diese dann untereinander. Sehr beliebt ist dabei das Treibermotiv, bei dem eine Tiergestalt von mehreren, mit Peitschen ausgestatteten Häßträgern gezüchtigt wird. Beispiele hierfür sind das Fastnitz-Burzer-Össle aus Weingarten, das Priller-Össle aus Rottweil oder Berners-Esel aus Bad Waldsee. In vielen Gegenden finden sich außerdem Einzelfiguren, die oft eine zentrale Rolle in der Fastnacht des jeweiligen Ortes spielen. Vielfach entstanden aus ihnen im Laufe der Zeit ganze Figurenfamilien. Deren Mitglieder über unterschiedliche Charaktereigenschaften und Aufgaben verfügen, so beispielsweise die Gohle in Riedlingen. Auch wenn in den letzten Jahrzehnten viele neue Hissarten entstanden sind, lassen sich fast alle bestimmten Typen zuordnen. Auch jüngere Zünfte orientieren sich meist an diesem in der Nachkriegszeit entwickelten Muster. Auch wenn die folgende Einordnung nicht zu eng gesehen werden darf, Teufelsgestalten Teufelsgestalten dürften zu den ältesten Figuren zählen. Manche Kleidle sind mehrere hundert Jahre alt, so etwa der Elzacher Schuttig, eine Teufelsfigur, die im mittleren Schwarzwald ursprünglich weit verbreitet war. Heute nehmen Teufel oft auch als Einzelfigur die Rolle eines Hexenmeisters ein, so zum Beispiel bei der Offenbürger Hexenzunft. Tribogs Fastnacht wird von einer Teufelsfigur dominiert, die im 19. Jahrhundert geschaffen wurde. Narren sind wohl ähnlich alt und treten heute in zahlreichen verschiedenen Varianten auf. Auf der Bar sind Weißnarren üblich. Zu den ältesten derartigen Fastnachtsfiguren zählt der Naro aus Willingen als Aristokrat der alemannischen Fastnetz oder die Hansel aus. Donau-Eschingen, Hüfingen und Bräunlingen, das Rottweiler bis so wie dessen Ponder im Geschell haben eine ebenso lange Tradition. Weißnarren werden überwiegend von Männern dargestellt und einige haben während des Narrensprungs eine Partnerin bei sich, die allerdings meist nicht maskiert ist und wie im Fall des Gretel aus Donau-Eschingen eine einfache Tracht trägt. Das Heß von Weißnarren besteht aus einem weißen Leinengewand, das aufwendig bemalt oder bestickt ist. Verglichen mit der barocken Eleganz der Weißnarren sehen Blätzle, Spätel oder Flecklenarren manchmal etwas derb aus. Was nicht zuletzt daran liegt, dass ihr Heß aus alten Stoffresten besteht. Natürlich wurden auch diese Heßer mit zunehmendem Wohlstand wesentlich aufwendiger gestaltet. So werden die einzelnen Stoffstücke in vielen Zünften inzwischen per Hand umstickt. Bei Spätel-Narren lässt sich eine regional unterschiedliche Entwicklung feststellen. Tragen die traditionsreichen Narren des Bodenseeraums und Oberschwabens wie beispielsweise die Blätzle-Bübe aus Konstanz oder die Überlinger Hänsele. Überwiegend Stoffmasken sind bei Schwarzwälder-Hanseln wie in Furtwangen, Gengenbach oder Offenburg-Holzlarven üblich. Eine Besonderheit sind die Spätel-Hansel aus Wolfach, die als einzige Hesträgergruppe im schwäbisch-alemannischen Raum mit einer Blechlaufe mit beweglichem Unterkiefer ausgestattet sind. In der Grenzstadt Laufenburg am Hochrhein hat sich mit der Naro-Altfischer-Zunft über Jahrhunderte eine Blätzle-Zunft mit geradezu aristokratischem Selbstverständnis entwickelt, die zudem die wohl älteste, derzeit bekannte Holzlar für Südwestdeutschlands besitzt. Wie vieles erfuhren auch die Flecklenarren während des Barock eine starke Verfeinerung und so entstanden die Fransen-Narren, wie man sie heute in Schömberg oder Rottweil findet. Ausgehend von Italien und verbunden mit dem Siegeszug des Karnevals kam im 18. und 19. Jahrhundert der Bayern so auf. Zu den ältesten derart beeinflussten Figuren dürften die Wolfacher-Hüsle und Schellen-Hansel gehören. Fast alle Narren tragen Attribute bei sich, so zum Beispiel Glocken, die Blase eines Schweines oder Spiegel. Wilde Leute verglichen mit den anderen Fastnachtsfiguren waren wilde Leute für Bauern relativ einfach herzustellen und deshalb über die Jahrhunderte sehr beliebt. Ihr Hiss wurde aus Rohstoffen gefertigt, die auf dem Lande im Überfluss vorhanden waren. So entstanden beispielsweise Strohbeeren, wie sie heute noch in Wilflingen und Empfingen üblich sind. Ihr Hiss besteht im Wesentlichen aus Stroh, auf Verzierungen oder Veredelungen wird vollkommen verzichtet. Dies ist auch ein Grund für die mangelnde Beliebtheit der wilden Leute in unserer Zeit, wohl verbunden mit dem Umstand, dass die verwendeten Materialien heute gar nicht mehr so einfach zu bekommen sind. Zumal ein solches Hiss nur eine Saison verwendet werden kann und dann neu angefertigt werden muss. In Singen hat sich die Gruppe des Hurrige Bär aus einem Strohbeeren herausentwickelt, allerdings ist das Hiss heute genäht, kann von Jahr zu Jahr wieder verwendet werden und verfügt über eine Holzmauske, ähnliches gilt für den Welchkornnerro aus Zell am Hamasbach. Die Nussschalen-Hansele aus Wolfach bilden einen anderen Typus des wilden Mannes. Statt mit Stroh ist ihr Hiss mit über 3000 Nussschalenhälften benäht. An einigen Orten entlang der Donau wie zum Beispiel in Ingen, Mühlheim und vor allem in Munderkingen trifft man in Gaststätten oder auf der Straße einzelnen Narren oder kleine Gruppen, die sich uneinheitlich darstellen und maskiert sind. Unter der Maske befinden sich traditionell meist Frauen, die mit einem Motto auftreten. Üblich sind kleine Geschenke, sogenannt Chromet, die an meist unmaskierte Passanten verteilt werden. Existieren die meisten Narrenfiguren erst seit der Einführung der vereinsmäßig organisierten Fasnacht. Kommt den Maschkern die Rolle einer nicht organisierten Ergänzung zum organisierten Narrentreiben zu, deren Tradition Jahrhunderte zurückreicht. Allerdings könnte man einen großen Teil der nach dem Krieg neu entstandenen Fastnachtsfiguren wohl ebenfalls den wilden Leuten zu rechnen. Treten sie doch häufig dementsprechend auf. Oft handelt es sich hierbei aber um Sagengestalten, die auf örtliche Geschichten oder Ereignisse anspielen. Die meisten der jüngeren Zünfte betten ihre neu geschaffenen Figuren ins lokale Brauchtum ein, indem sie sie mit einer Sage in Zusammenhang bringen. Ähnliches gilt auch häufig für Hexen, die bereits weiter oben besprochen wurden. Siehe auch. Neben dem Horigenbären gehört als vogelartige Figur der Nachtkrab auch zu den Fastnachtsgestalten der Moorharter Narrenzunft. Man findet sie schon auf einem Wandgemälde im Kloster Moorhart. Auch gibt es einzelne Gruppen und Figuren, die traditionell unmaskiert sind. Vielfach anzutreffen sind Soldaten oder Polizeifiguren. In Ergänzung zu den maskierten Gruppen und Figuren geben sich häufig Repräsentationsfiguren wie zum Beispiel Fastnachtsmutter und Fastnachtsvater aus. Markdorf. Die Bräutelgruppe aus Sigmaringen oder die Trommgesellen aus Munderkingen mit ihren Trommlern und Pfeifern und den Brunnenspringern unmaskiert. Vor allem nach 1945 haben sich die Figur des Zunftmeisters und der Zunfträte verbreitet, die in heutiger Zeit für fast jeden Fastnachtsort obligatorisch geworden sind.